Euer mangelndes Talent, das reicht meist nicht, doch ich kann wirklich sehr viel gleichzeitig. Ich kann in meinem weichen Chefsessel verschnaufen und der Weilerlin befehlen, etwas schneller zu laufen. Ich verlang vom Arbeitnehmer eine Spurpassion und zahl ihm parallel seinen Hungerlohn. Ich kann Kinder in Afrika nicht vergessen und währenddessen Delikatessen essen. Und ich kann nachts besoffen mit Gitarre singen und dabei in meine neue teure Karre springen. Ich bin der Multitasking. Ja, ja, der Multitasking. Ich bin der Multitasking. Ich kann meinen Mustern durch Straßen mit Kindern treiben und mich zeitgleich fleißig rechts durch Tinder swipen. Und dann kann ich ja tief in ihre Augen blicken und gedanklich viele andere Frauen ficken. Ich kann ihr Samen und Tonig ums Maul schmieren und im Kopf schon meine Flucht grob aufskizzieren. Ich kann ihr löchriges Herz wie Schwamm zerreißen und gleichzeitig auch schon auf die Schlampe scheißen. Ich bin der Multitasking. Ja, ja, der Multitasking. Ich bin der Multitasking. Ich kann Leben und Wasser als Menschenrechte taufen und simultan alles von Nestlé kaufen. Ich kann über tendenziöse Medien jammern und fühl mich zeitgleich wohl in meinen Echokammern. Ich kann von tausenden auf Bühnen alles verbalisieren und dabei deutsche Diktatur diagnostizieren. Ich verkünde die Welt durch Schwuchteln verkommen und werd von Arno Analogkanal genommen. Ich bin der Multitasking. Ja, ja, der Multitasking. Ich bin der Multitasking. Ich bin der Multitasking. Achtung, Mörder-Gag. Sharing is caring. Mal bitte unterbrechen. Na klar.